Hallo, ich bin Jan-Philipp Glanier und ich bin im Team Speedo. Meine Geschwister Alexander und Judith, die waren schon im Schwimmberein in Fulda. Das ist meine Heimatstadt, da bin ich geboren. Und dementsprechend bin ich dann auch in die ersten Schwimmkurse gekommen und dann von Kurs zu Kurs quasi aufgestiegen. Und bin dann irgendwann im Leistungsschwimmen gelandet. Ich habe nebenbei noch Fußball gespielt, aber habe mich dann irgendwann für den Weg Schwimmen entschieden. Mich motiviert weiterzumachen, die ganzen internationalen Wettkämpfe. Vor allem die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Das ist ein riesen Highlight, worauf ich jetzt hin trainieren werde. In London, das war riesig. Das waren Erfahrungen, die macht man nirgends in seinem Leben sonst. Und das kann man nur jetzt quasi erleben. Und jetzt habe ich die Chance, das zu erreichen. Und ich will da dabei sein. Und Erfahrungen machen weiterhin. Und das ist eine riesige Motivation für mich. Ich würde sagen, mein emotionalstes Erlebnis war, bei den Olympischen Spielen in London einzumarschieren vor 17.000 Zuschauern. Und zu wissen, dass mehrere Millionen Menschen auf der ganzen Welt zuschauen bei dem Rennen. Das war schon ein Hammerfeeling. Gänsehaut pur. Und ich würde sagen, das war einer der größten Momente in meinem Leben. Vor einem Rennen versuche ich die Gedanken auszuschalten, mich komplett auf das Rennen zu fokussieren. Nicht jetzt an private Sachen irgendwie auszublenden. Eigentlich entwickelt sich da so ein Tunnelblick dann. Und ich bin dann einfach in dem Moment voll da und total heiß auf das Rennen. Meine Familie ist ein extrem wichtiger Punkt in meinem Leben. Die haben eigentlich dafür gesorgt, dass ich beim Schwimmen gelandet bin. Und haben mich jahrelang unterstützt. Haben mich zum Training gefahren, jeden Tag zum Frühtraining abgeholt. Also ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und meine Familie unterstützt mich. Ich komme immer zu den wichtigen Wettkämpfen, da sind sie immer da. Wir wollen jetzt auch schon die Tickets nach Rio buchen. Ob ich dann dabei bin, wird sich zeigen. Vielleicht sind meine Eltern dann dabei und ich nicht. Also ohne die würde es gar nicht gehen. Und genauso wie meine Geschwister, die immer für mich da sind, die mich unterstützen. Und es ist einfach toll, so einen Rückhalt zu haben. Meine Favoriten-Playlist gestaltet sich viel aus Hip-Hop auf jeden Fall. Ich höre sehr viel Hip-Hop. Alten deutschen Hip-Hop, aber auch neue, aber eher amerikanischen Hip-Hop. Da ist von Jay-Z, Kanye West, alles dabei. Also mein Lieblingsessen gestaltet sich vor allem aus Fleisch. Ich esse gerne viel Fleisch. Auch wenn es manchmal weniger gesund ist vielleicht. Und vor allem da würde ich sagen, Spare-Ribs, wenn die gut gemacht sind, das ist mein Lieblingsessen. Wir haben da eine Gaststätte, wo ich die ganz gerne esse in Fulda. Und da bin ich dann öfter mal zu Besuch, dann im Sommer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche Spare-Ribs esse. Also das kommt dann eher seltener vor. Aber schmecken wir besonders gut immer. Ist halt immer eine schöne Sauerei. Ja. 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 Ja.